vom arbeiterkind zum altkanzler gerhard schroeder er hat gegenwind provoziert aber durch den gegenwind kommt man manchmal auch ganz gut drauf kämpfer acker sieger eine deutsche karriere von ganz unten nach ganz oben hat natürlich einen starken geltungs- und durchsetzungswillen dazu kommt dass er einen guten humor hat ein politiker als entertainer da kam ein entspannter geselle der sich hingesetzt so was machen wir jetzt und das fand ich immer gut an ihm er hat schröder und die frauen viermal verheiratet in jeder lebensetappe die passende partnerin er wollte dass wir zusammen sind und er hat das dann gemacht und zwar schnell sein politisches vermächtnis die agendareform heute so umstritten wie eh und je am ende kosten sie schröder das amt der altkanzler und russland seine freundschaft zu putin verspielt schröder seinen ruf ein deutscher bundeskanzler sollte das nicht machen gerhard schröders legendäre skatrunde mit dabei ex-innenminister schiele der künstler marcus lüppertz und der ehemalige atommanager jürgen großmann machte keine sorge seit über zehn jahren pflegen sie diese tradition selbst zu schröders stürmischsten zeiten alle paar monate treffen sie sich dieses mal auf einem anwesen bei berlin skat begleitet schröder sein leben lang er hat es als junger hilfsarbeiter am bau gelernt ich spiele skat eher aggressiv gebe ich zu immer gibt es diese konkurrenz wer gewinnt wer verliert natürlich gibt es dann auch diese ganzen sprüche klopfereien dass sie einer ja gar nichts können hier wird auch über politik diskutiert über den wahlkampf in deutschland über amerika und donald trump und was das mit uns zu tun hat menschen die sozialen abstieg fürchten gibt es auch bei uns aber es gibt einen entscheidenden unterschied wir haben ein wirklich funktionierende sozialstaat anders als in den vereinigten staaten der die menschen auch auffängt damals als bundeskanzler schlägt ihm wut entgegen weil er gerade diesen sozialstaat umbaut er selbst hat nie zweifel dass die agendapolitik notwendig ist erstens kann ich es nicht rückgängig machen zweitens will ich es nicht rückgängig machen denn ohne zweifel ist das so wenn sie mal sich die situation in der europäischen union anschauen ist nicht zuletzt die agenda ein grund dafür dass deutschland ohne jeden zweifel wirtschaftlich in einem sehr sehr guten zustand ist und man aufpassen muss dass das so bleibt das bundeskanzleramt im frühjahr 2003 schröders zweite amtszeit deutschland gilt als kranker mann europas fast fünf millionen menschen sind arbeitslos dagegen setzt rot-grün die einschneidendste sozialreform in der bundesdeutschen geschichte herzstück der agenda 2010 ist die reform des arbeitsmarktes besonders umstritten ist das herz 4 gesetz dass die leistungen für arbeitslose deutlich begrenzt für die einen rettet schröder mit seiner politik das land vor dem niedergang für die anderen verrät er die sozialdemokratischen werte diese spaltung der gesellschaft wirkt auch insofern verheerend nach sie hat die konsequenz man kann es sagen der erzeugung eines protest milieus das sich gar nicht mehr klar zwischen links und rechts unterscheiden lässt und um das gleichermaßen links partei wie auch heute afd kämpfen und insofern ist diese spaltung der gesellschaft in abgehängte auch kulturell abgehängte auch mit ressentiments aufgeladen durchaus eine erblast der damaligen agenda 2010 und harz wiege entwicklung das linke lager bricht regelrecht auseinander die harz reformen treiben hunderttausende auf die straßen über jahre gerhard schröder wird zur hassfigur ich erinnere mich noch an zwei so alte damen die mit pelzmänteln und so also durchaus dann nicht verarmt und die eine hat zur anderen gesagt den schulders müsste man auch mal eine bombe in den garten werfen schröder weiß von anfang an mit der reformpolitik setzt er seine karriere aufs spiel angesichts von fünf millionen arbeitslosen die wir im januar 2003 hatten wussten wir auch wir haben ja gar keine chance als als was durchgreifendes zu machen auch wenn es auch wenn es schwierig werden wird damit wahlen zu bestehen das war uns schon klar schröder muss seitdem mit dem vorwurf leben er habe die kleinen leute verraten dabei war er selbst mal einer von ihnen bis heute hält er kontakt zu den freunden von damals gerne kommen sie auf die alten zeiten zu sprechen und auf schröders aufstieg aus ärmlichen verhältnissen wir lebten auf dem dorf und wir mussten sehr früh arbeiten rüben verziehen und bei der ernte helfen gar keine fahrerkartoffel auflesen hat uns aber auch nicht geschadet und da meine mutter zehn zwölf stunden am tag gearbeitet hat waren wir sozusagen frei im dorf also insofern es gibt schlechtere kindheiten als meine schauplatz dieser kindheit ist das lippische bergland in westfalen der vater stirbt im krieg der kleine gerhard wächst auf in baracken mit mutter großmutter und halbgeschwistern eine kindheit wie so viele im nachkriegsdeutschland ohne vater und ohne ansehen wenn sie im dorf zu den familien gehören die man eher so ein bisschen über die schulter hinweg anschaut dann spüren sie das ja als kind das spüren sie in der schule das spüren sie im konfirmandenunterricht das bin sie eigentlich überall die frage ist eben nur wie gehen sie damit um zeigen system oder zeigen es denen nicht und was haben sie gemacht ich hab's ihnen gezeigt zuallererst beim fußball schröders heimatverein setzt ihm mit dem kampf namen acker ein denkmal er behält das ist ja nicht nur der fußballer als solcher für schröder programmatisch sondern auch selbst der begriff acker er hat ja gewissermaßen nie filigran fußball gespielt er war der kämpfer auf dem platz er war der bis zum letzten einsatz zeigte und insofern war diese volksnähe die sich in dem fußball zum ausdruck brachte mit dem erfolgswillen gepaart eigentlich die bestechende botschaft ich bin bei den kleinen leuten eine botschaft die bei den spd anhängern gut ankommt damals wie heute zwölf jahre nach schröders abgang gibt es wieder einen kandidaten der seine herkunft zum markenzeichen macht die parallelen der biografien der schröders und der von martin schulz sind vor allem einen punkt auffällig das ist der vergleichbare soziale hintergrund die herkunft aus sehr bescheidenen milieus die fähigkeit die das bescheidene milieu als chance zu begreifen daraus die kraft zu holen für einen in beiden fällen spektakulären aufstieg schröder und die spd noch sind die gräben nicht überwunden die harz 4 und die agenda gerissen haben gemeinsamer wahlkampf mit martin schulz bislang fehlanzeige die beiden treten wohl auch deswegen selten miteinander auf weil die themen die sich mit dem namen gerhard schröders verbinden nach wie vor jedenfalls in wahlkämpfen offenbar nicht mehrheitsfähig sind glaubt die spd schröder umgibt sich gern mit einflussreichen freunden im kreis der bosse und mächtigen fühlt er sich wohl in dieser liga spielt er gerne mit wir spielen um 1 cent da kann man am abend wenn man ganz schlecht ist mal 50 euro verlieren aber dann muss man schon alleine verlieren ansonsten halten sich die einsätze zwischen 20 und 40 euro das kann jeder von denen die hier mitspielen aufbringen nur einer in dieser runde ist eher unbekannt matthias warnig der frühere stasi offizier macht heute geschäfte in russland so wie gerhard schröder die beiden haben einen gemeinsamen freund den russischen präsidenten vladimir putin schröder und putin kennen sich seit langem als bundeskanzler besucht schröder mit seiner frau 2001 die putins in moskau zu gast in der zaren loge des bolschoi theaters es waren ausgesprochen schöne und intensive begegnungen wir haben einfach als zwei paare zusammengesessen zeit verbracht weihnachten gefeiert haben über private dinge gesprochen und auch über politische solche besuche gibt es seitdem immer wieder die schröder sind russland tief verbunden ihre beiden adoptivkinder kommen aus st petersburg putins heimatstadt in berlin hält putin 2001 im reichstag eine historische rede er gilt damals im westen als hoffnungsträger meine damen und herren in unserer gemeinsamen geschichte hatten wir verschiedene seiten wir schlagen heute eine neue seite in der geschichte unserer bilateralen beziehungen auf tut ihm machte sofort klar dass deutschland für ihn ein wichtiger wenn ich der wichtigste partner war im mai 2005 nimmt mit schröder zum ersten mal ein deutscher kanzler an den feierlichkeiten zum kriegsende in moskau teil alte feindbilder scheinen überwunden wir waren auf dem roten platz als vertreter eines volkes das millionen von tote dort hinterlassen hat wurden wir sozusagen aufgenommen den kreis der freunde als symbolischer akt das kann man sich in der dimension gar nicht irgendwie ergreifend genug vorstellen mit russland pflegt schröder auch eine viel kritisierte geschäftsbeziehung er ist vorsitzender des aktionärsausschusses der nord stream die firma betreibt eine pipeline für russisches erdgas den job hat ihm putin angeboten kurz nach seinem abgang als kanzler da bekam er ein telefon da ging es um diese frage soll er in diesem aufsichtsgremium der nord stream diese aufgabe übernehmen und soll er jetzt sagen da soll lieber ein russe mal ist doch das ist doch töricht das vorhaben ist für deutschland wirtschaftlich von großen bedeutung das sagt ja auch von merkel schröders jahresgehalt etwa 250.000 euro die firmenmehrheit hält das russische staatsunternehmen gasprom der ex-kanzler ein lobbyist im dienste russlands seine neue aufgabe irritiert in deutschland viele er ist für mich heute nicht mehr politischer gegner deswegen gehe ich höflich mit ihm um aber ein deutscher bundeskanzler sollte das nicht machen seit 2016 hat er noch einen weiteren lukrativen job wieder im gasgeschäft wieder ist putins gasprom beteiligt wo soll der interessenkonflikt liegen ich habe kein einziges politisches amt ich bin selbstständiger rechtsanwalt ich sehe keinen interessenkonflikt der interessenkonflikt besteht natürlich darin dass er einerseits politik für ein russisches staatsunternehmen betreibt auf der anderen seite damit also auch eine geopolitische rolle im russischen konzept übernimmt auf der anderen seite dies mit der reputation des deutschen altkanzers tätig die kritik an seinem russlandjob lässt schroeder kalt dabei gilt putin nach der annexion der krim und den bombardements in syrien vielen als kriegstreiber verstehe ich nicht ich muss ihn nicht immer verstehen an dieser stelle verstehe ich nicht ja weil ich finde dass herr putin nun jetzt sich wirklich zu einem menschen entwickelt hat der mit großer vorsicht zu genießen ist dazu will sich schröder nicht mehr erklären herr schröder ist denn ihre männerfreundschaft mit herr putin gerade der intelligentesten fragen die ich seit langer zeit gehört habe das muss ich dir gesagt wissen sie ich habe mir angewöhnt darüber nicht zu reden weil freundschaft hat auch etwas zu tun dass es nicht öffentlich ausgebreitet wird versuchen sie es erst gar nicht versuchen sie auch gar nicht über die frage zu diskutieren was ich ihm wann sage das unsere persönliche beziehung und dazu werde ich ihnen kein wort sagen gut dann würde ich jetzt wenn wir nicht über putin sprechen würde ich gerne über gerhard schröder sprechen das wäre gut ja gerne spricht schröder über schröder der politrentner genießt seine rolle als gefragter manager redner oder schlichter immer dabei seine leibwächter so wird es sein bis zum ende seines lebens mit wenigen ausnahmen ja dankeschön ich gehe schon manchmal zum bäcker ohne dass die sicherheit dabei ist aber es ist auch immer respekt vor der aufgabe der leute die die sicherheit zu gewährleisten haben dass man das möglichst nicht macht denn wenn was passiert kriegen die ärger nicht ich bin ja dann tot schröder ist heute 72 und spottet gerne wie andere seine kanzlerschaft bewerten ging ihn nichts an trotzdem nimmt er sich die zeit zurück zu blicken auf sein leben das in der deutschen geschichte spuren hinterlassen hat heute liest er zum ersten mal seine stasi akte vater war studienrat mein vater war hilfsarbeiter also dieses diese stasi sein und sind auch nicht besonders gut gewesen also personen beschreiben gang lässig gestalt kräftig gepflegt das hochdeutsch immerhin kleidung sauber ordentlich wunderbar also unglaublich was da alles gibt ja mal das ist doch mal was intelligenz logisches denken geist und sprachliche beweglichkeit sehr gut entwickelt von der stasi auffällige lebensgewohnheit das ist ja sehr nett trinkt gern und viel bier immer große gläser ich meine man muss sich mal vorstellen mit was die sich beschäftigt haben ob ich bier aus großen blädern trinken das ist eine ganze geheimdienst dass ich mit wahnsinn bis in die 80er interessiert sich die stasi für den jungen bundestagsabgeordneten er gilt als ehrgeiziger spd rebell nachts vor dem kanzleramt fallen seine berühmten worte ich will da rein ich war dabei als er wobei er das mehrfach gemacht hat da an den stäben gerüttelt hat wir haben also gesagt gert bitte bitte was machen wir denn wenn jetzt die polizei kommt schröder der entertainer zum ersten mal besucht der bundeskanzler die größte unterhaltungssendung des landes und natürlich gibt es bier eine frage an bundeskanzler was interessiert ihr am meisten ob die haare gefärbt sind der bundeskanzler war damals populär schröder war ein mensch den die leute zur kenntnis genommen haben dort geredet wie die leute die leute haben sich gestritten ob vor nachher ob die haare gefärbt sind oder nicht das haben sich bei mir auch und dann kam der hat nichts falsches gesagt wie ich mich erinnere und hat dann und auch das fand ich toll gesagt und es war glaube ich nicht abgesprochen was soll ich denn wenn ich meine wette verliere machen und und diese idee dass in frausen publikum nach hause fährt kam das dann in seinem dienstwagen fand ich prima schröder beherrscht das spiel vor großem publikum hemmsärmlich bis schnodderig einer zum anfassen immer für einen flotten spruch gut da war jemand der mit den medien umgehen konnte da war jemand der sich inszenieren konnte der war kantig der war nicht fünfmal durch die chemische reinigung gegangen der hatte eine spannende biografie und das war natürlich jemand für den wir uns aus der perspektive von bild auch interessiert haben schröder und die medien ein ewiges thema und lange der schlüssel zum erfolg er nutzt die kraft der bilder wie kein bundeskanzler vor ihm ein kanzler muss nicht daher geschlurft kommen und wir hatten ja die strickjacke kohl hinter uns also kohl sitzt da kennt mich nimmt mich zur kenntnis winkt mir gönnerhaft zu und wir wir schwenken die fasten semmel aber schröder ruft an und sagt komm wir essen eine pizza zusammen trinken rotwein und reden über die dinge die die dich bewegen die uns bewegen das war der unterschied schröder ist ein kind der turbulenten 60er nach der lehre mit 14 und mittlerer reife machte abitur auf dem zweiten bildungsweg und studiert jura in göttingen damals rebelliert deutschlands jugend gegen die verdrängung der ns-zeit den obrigkeitsstaat und den vietnam-krieg auch schröder wird sich einmischen mit 19 tritt er in die spd ein eines seiner großen vorbilder ist willi brandt die spd war ja eine partei die ganz bestimmten vorstellungen folgt also von demokratie von freiheit gegen kriege und kriegsentwicklung das hat mich sehr fasziniert dann war willi brandt die figur die begann das sozusagen zum regierungsprogramm zu machen seine politische karriere beginnt bei den göttinger jungsozialisten der junge schröder gilt als linker sozialdemokrat mit sinn für taktik und dies ist juso sitzung in göttingen wir hatten damals ja einen kollektiv vorstand natürlich so nannte man das und ich war zuständig für finanzen für pressearbeit und für die kontakte zur spd alles was wichtig war und die anderen waren für theorie zuständigen und das müsste anne sein meine zweite ehefrau glaube ich mit annett taschenmacher zieht schröder in die landeshauptstadt hannover und arbeitet dort als rechtsanwalt 1978 wird der juso vorsitzender in dieser position kennen ihn bald alle in der spd dabei helfen ihm zwei dinge seine einfache herkunft und sein wille zur macht kommunikationsmöglichkeiten zu verschaffen wie sie an sich rauchten willi brandt kommt eigens nach niedersachsen gereist um das junge parteitalent zu unterstützen ich finde es bemerkenswert dass eine große süddeutsche zeitung aber nicht die süddeutsche in münchen ihn in der überschrift einen politischen profi nennt zum politischen profi schröder gehört sein gespür für die themen der zeit anfang der 80er jahre protestieren hunderttausende gegen atomkraft und umweltzerstörung mit den gorleben dabei der juso-chef schröder wir haben es bei schröder immer auch mit einer sehr feinfühligen aufnahme des zeitgeistes zu tun den er kongenial umsetzte und damit eine geschickte ansprache für die bevölkerung der kampf für die umwelt beschert dem land eine neue partei die grünen weil wir mit einem höheren gesetz das gesetz des gewissens rechnen und weil wir auch wissen dass eine macht des staates nicht absolut ist auch gerhard schröder setzt nun auf umweltthemen immer mit dabei seine dritte frau hildroth er hatte zu jeder zeit die richtige frau am wichtigsten war zweifellos politischen schröder die genau in der ökologischen bewegung stand die ja weit ökologischer angehaucht war als er selber und die ihm damit die absolute beglaubigung seiner neuen karriere war der aufsteiger will ministerpräsident von niedersachsen werden mit anti atom profil wir müssen weg von dieser so gefährlichen form der energieversorgung hier steht auch die frage ob demokratisch gewählte politiker gestalten wollen und gestalten können oder ob die atomlobby das sagen in unserem land kriegen soll die kennedys von hannover machen gemeinsam wahlkampf dabei setzt er auf den helo faktor und sie spielt ihre rolle perfekt beide haben kein problem damit ihr privatleben öffentlich zu machen erhard schröder und seine frau waren eine firma die politik verkauft zur firma gehören auch hildroths töchter denn schröder hat damals noch keine eigenen kinder von jetzt auf gleich konnte schröder in die neue rolle des familienvaters schlüpfen das war ja nicht ganz unwichtig wenn man landesvater werden will dann ist es gut wenn man eine familie hat mit der man zeigen kann dass man tatsächlich die fahrt der rolle ausfüllen kann gert und hillo schröder damals das traumpaar der deutschen politik 1990 haben sie ihr ziel erreicht schröder wird ministerpräsident in hannover im neuen amt findet er schnell in seiner rolle aber nicht als umweltschützer sondern als genosse der bosse seine nähe zu den mächtigen stört viele in der partei gefürchtet sind auch seine alleingänge wie 1993 als er sich kurzerhand als kanzlerkandidat in stellung bringt wollen sie bundeskanzler werden jetzt ich will das ich habe das gesagt und ich will daran auch nichts zurücknehmen doch die spd entscheidet sich 1994 für einen anderen einen den schröder für ungeeignet hält so bleibt ihm nur eine nebenrolle in der spd-träuker hinter rudolf scharping und öskar lafontaine was hat der mann für niederlagen hinnehmen müssen wie ist der mann vorgeführt worden von seinen eigenen leuten öffentlich vorgeführt worden das verkraften zu können immer wieder auf die beine zu kommen ist eines der herausragenden merkmalen die sehr viel über diesen gerd schröder aussagen gegenwind bekommt schröder nicht nur aus der partei seine frau hildrud kritisiert öffentlich seine wirtschaftsfreundliche politik und denkt laut nach über eigene politische ziele im herbst 1995 folgt der letzte akt einer ehe die immer auch im scheinwerferlicht stand sie sind vegetarierin er liebt currywürste wie kommt ihr da zusammen beim essen nicht zu hause nicht zu hause doch du behauptest immer wenn du zu hause bist dass das alles ganz prima ist was wir da so servieren und dann hat er ganz glänzende augen am montagmorgen wenn er dann wieder zum dienst gehen kann um dann auch currywürstchen zu essen ich habe gemerkt dass hildo sich nichts sagen lässt und das war ja zu einer zeit wo sich andere frau noch was sagen lassen haben also das war eine emanzipierte frau und dass der der schröder von der gegenwind gekriegt hat das hast du gemerkt fand ich aber toll dass das als ehepaar dann offensichtlich an die wand gefahren ist was anderes der scheidungsrummel ist so groß wie sonst nur bei stars und sternchen für einen ministerpräsidenten gilt so ein schritt eigentlich als karriereknick und schröder denkt tatsächlich über einen abschied aus der politik nach längst aber hat er eine neue liebe gefunden doris köpf heißt die nächste frau an seiner seite sie ist journalistin und von berufs wegen mit dem politischen betrieb vertraut die bilder mit der neuen lassen die trennungsszenen vergessen in der staatskanzlei präsentiert sich schröder als einer der nach jedem sturm stärker auf der brücke steht während seine frau zur ratgeberin im hintergrund wird wenn er zum beispiel nachts nach hause kommt und ich habe im internet schon mal so die großen zeitungen durchgeguckt und kann ihm sagen was die am nächsten tag aufmachen und soweit es möglich ist weil nicht alle zeitungen da gut drin sind im internet kann ich ihm zum beispiel sagen wie die kommentieren oder was sie kommentieren und das ist für ihn dann schneller abriss und er weiß dann morgens wenn er aufsteht eben schon so ungefähr bescheid wie die presselage ist 1998 greift schröder nach dem kanzleramt parteichef lafontaine bringt dafür die spd auf linie schröder ist der fünfte spd kandidat der gegen helmut kohl antritt den ewigen kanzler nach 16 jahren ist die zeit reif für einen wechsel und einen neuen politiker typ einen wie schröder er gewinnt die wahl das bonner kanzleramt hat einen neuen hausherrn schröder ist da wo er immer hin wollte seine rot-grüne regierung hat sich viel vorgenommen überfällige reformen anpacken die arbeitslosigkeit bekämpfen mit der neuen truppe zieht auch ein neuer stil ein welches ensemble ist das ensemble immer ein zwei drei vier oder wir wollen was ist das die hemdenstube hannover ist das preis brioni brioni er trat im kanzleramt auf mit korüber im mund und brioni anzug gekleidet mit dem großen satz der eigentlich der programmatische auch seiner vermeintlichen kanzlerschaft sein sollte regieren macht spaß und dem war bekanntlich der satz vorausgegangen ich will da rein das sollte spaß machen wir als 68er sind jetzt aufgerufen dieses land zu verändern im ersten kabinett schröder herrscht aufbruchstimmung vieles wird auf den weg gebracht atomausstieg riestarrente ökosteuer die wichtigsten minister sind joska fischer und oscar lafontaine der rest wird mit dem neuen finanzminister besprochen meine hoffnung war dass wenn schröder durch auch durch meine zuarbeit und meine unterstützung kanzler wird dass dann eben eine basis erreicht ist eine einigermaßen tragfähige zusammenarbeit zu finden diese hoffnung erweist sich schon bald als falsch wir grünen hatten zeitweilig den eindruck wir koalieren mit zwei verschiedenen parteien mit der lafontaine spd und mit der schröder spd und das war eine sicht die haben joshka und ich habe genauso gesehen und irgendwann musste dieser machtkampf entschieden werden nach nur fünf monaten schmeißt oscar lafontaine überraschend hin oscar lafontaine hat mir heute nachmittag seinen rücktritt vom amt des bundesfinanzministers mitgeteilt ein politisches erdbeben das den tiefen graben in der spd offenbart dass er dann irgendwann glaubte ich sei sozusagen derjenige der den kanzler spielt aber das sagen habe er das war vielleicht ein irrtum bei von da an wird oscar lafontaine zu schröders schärfsten gegner und zur gallionsfigur der linken sechs jahre später wird er auch aus der spd austreten kurz darauf folgt die nächste zerreißprobe im kosovo konflikt beschließt die nato luftschläge gegen serbien auch die bundeswehr soll sich beteiligen an unserer entschlossenheit das morden im kosovo zu beenden besteht kein zweifel schröders regierung schickt kampfflugzeuge es ist eine historische entscheidung denn erstmals seit 1945 beteiligt sich deutschland wieder an einem krieg es ist der schwerste moment in schröders politischen leben nein zu sagen zu einer teilnahme an einem krieg wie im irak ist relativ einfach aber ja zu sagen weil man ganz genau weiß es ist ja nicht die eigene haut die im buchstäblichen sinne zu markte getragen wird sondern die von anderen auch wenn sie das risiko als berufssoldaten kennen nur es beschäftigt einen trotzdem und es ist dann letztlich doch eine sehr einsame entscheidung am 11 september 2001 erschüttern die anschläge auf das world trade center die welt die usa rufen zum krieg gegen den terror auf erst in afghanistan mit deutscher beteiligung dann gegen den irak und dessen diktator saddam hussein da sagt schröder nein und stellt sich als erster bundeskanzler gegen den wichtigsten verbündeten in seinen papieren findet er den entwurf seiner irak rede von 2003 die welt steht vor allem vormann eines krieges meine frage war und ist rechtfertigt das ausmaß der bedrohung die von dem irakischen diktator ausgeht den einsatz des krieges meine antwort in diesem fall war und ist nein ja das ist wohl richtig gewesen bitte tippen zweitens bitte sofort an doris ja das muss ich auch ruhig sagen können sie in solchen fragen auch mit ihren journalistischen kenntnissen schon jemand der was zu sagen hatte nicht in dem sinne das zu recht auch dass sie da die entscheidung getroffen hat aber ihre meinung zu hören war mir wichtig in solchen fragen wie in allen anderen im übrigen auch und das ist ja nichts schlimmes finde ich diese ratgeberin fehlt ihm heute denn nach 19 jahren ist auch gerhard schröders vierte ehe zu ende seit herbst 2016 lebt der entscheidung die trennung als solche die ist nicht anders als bei anderen menschen auch nämlich schwierig und schmerzhaft gar keine frage die tatsache indessen dass diese trennung öffentlich wird macht es nicht einfach wenn da was schiefgegangen ist und da ist ja was schiefgegangen in meinem persönlichen leben lag das sicherlich mehr an mir als an den frauen das gilt auch und insbesondere für meine herzige noch frau sie wissen um die trennung und ähm sie ist sehr politisch sehr intelligent und eine wunderbare mutter ich werde nie ein schlechtes wort über sie verlieren beim kampf um die agenda 2010 ist ehefrau doris noch eine wichtige stütze auch als schröders umfragewerte abstürzen und er 2005 die vertrauensfrage stellt sein ziel neu wagen mit einer mehrheit im rücken will er die reformpolitik fortsetzen ein riskantes manöver am 1 juli 2005 die entscheidende rede im bundestag ich möchte dem herrn bundespräsidenten die auflösung des 15 deutschen bundestages und die anordnung von neu wahlen vorschlagen die spd hat seit dem beschluss der agenda 2010 bei allen landtagswahlen und der europawahl stimmen verloren in vielen fällen sogar die regierungsbeteiligung in den ländern das war ein hoher preis für die durchsetzung der reformen die rede gilt als eine der besten die schröder je gehalten hat der wahlkampf danach ein kanzler der als abgeschrieben gilt aber der gestellte wahlkämpfer schröder holt die sicher geglaubte siegerin merkel beinahe ein ein kopf an kopf rennen für die sozialdemokraten 34 prozent am wahlabend treffen die kontrahenten im fernsehstudio aufeinander schröders auftritt in der sogenannten elefantenrunde wird für furore sorgen herr bundeskanzler ist ja schöne stabile und ansprechen sind sie nicht mehr sind sie jetzt schon zurückgetreten nein überhaupt nicht herr brent ach so nein nein ich meine das wäre ja weil weil sie sich das verwundert wenn sie das verwundert also ich sage noch mal bundeskanzler das sind sie ja noch bis zur neunwahl eines neuen auch wenn sie dagegen arbeiten und wenn sie das da wieder auch wieder dagegen arbeiten ja sie haben von medienmacht und medienkampagne ja zu recht wie ich finde ich weise darauf hin ja zu recht wie ich finde dass der ARD und dem ZDF dies nicht vorzuwerfen ist nicht alles was ihnen passt der eine sieht es so der andere sieht es so ist Medienkampagne nicht alles was ihnen passt ist Medienkampagne ich hatte auch Wut auf die Journalisten die da gerade greifbar waren und deswegen war das so eine Mischung aus Aufhören dieser enormen Spannung und auch nach euch werde ich es zeigen ich ging auf ihn zu wollte ihm die Hand geben er streckte mir die Hand entgegen und zog sie aber dann wieder zurück und ich dachte naja gut 32,9 Prozent und 34,2 Prozent damit kann man zumindest nicht der starke Führer einer neuen Regierung sein aber Entschuldigung natürlich kann ich das man merkte dass er sich mit seiner Rolle als Gesprächsteilnehmer nicht abgeben wollte sondern dass er versuchte wirklich brachial seinen Zustand zu verteidigen und auch die Runde im Grunde aufzumischen glauben sie im ernst dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge indem sie sagt sie möchte Bundeskanzlerin werden ich meine wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen mit seinem Auftritt hat er sehr geholfen also insofern gebührt ihm nachträglich noch Respekt dafür sie wird keine Koalition unter ihrer Führung mit meiner sozialdemokratischen Partei hinkriegen das ist eindeutig machen sie sich da gar nichts vor unmöglich machohaft ohne jegliches benehmen muss man wirklich sagen da konnte sie nur zuschauen schweigen und genießen kurze Zeit später Merkel wird Kanzlerin Schröder muss gehen es war immer mein Ziel mal eine Kurzsendung im Fernsehen zu machen das ist gelungen Gerhard Schröder hat in seinem Leben schwere Niederlagen einstecken müssen aber er hat auch viel bewirkt jetzt im Wahljahr ist er wieder gefragt als streitbarer Altkanzler aus der Tagespolitik hält er sich raus redet aber gerne über die großen Linien was bleibt von der Ära Schröder das vielleicht entscheidende Vermächtnis dieses Gerhard Schröder ist dass man ein politisches Ziel um von den Politiker zu sprechen auch dann konsequent weiter verfolgen muss jedenfalls dann wenn man es für richtig hält wenn man weiß dass es einen die Karriere kosten kann großer Zapfenstreich 2005 sieben Jahre war Schröder deutscher Bundeskanzler zum Abschied wünscht er sich my way passend für einen der sich nach oben gekämpft hat das scheint mir das Bemerkenswerte zu sein dass ich einen Bogen spannt von absolutem Willen aus den kleinen Verhältnissen heraus zu kommen bis ins Kanzleramt ich will da rein wir kennen alle den großen Slogan und der letztlich auch im Abgang mit der Hymne I did it my way zum Ausdruck brachte eigentlich gab es nur ein Programm und das lautete Gerhard Schröder Heute führt ein anderer die SPD in den Wahlkampf der erste Kandidat nach ihm der es wieder reißen könnte mit Ratschlägen aber hält sich Schröder zurück ich habe mich immer geärgert wenn die Altvorderen sich eingemischt haben als ich Kanzler war und Parteivorsitzender war und habe mir geschworen das machst du nicht und das werde ich dabei bleibe ich auch Gerhard Schröder eine deutsche Karriere von ganz unten nach ganz oben Schröder bleibt umstritten und wie er selbst sagt immer für eine Überraschung gut nach dem